Jo Leute, bevor dieses Video losgeht, äh, dieses Video ist gesponsert von G2A.com, also checkt mal unten in der Beschreibung, äh, den Link aus, also einmal Hashtag Werbung an der Stelle. Die haben mich angeschrieben, haben gesagt, yo, äh, lass uns mal eine Partnerschaft machen, also bei denen gibt's günstige Spiele-Keys, also checkt das auf jeden Fall mal aus, unten in der Beschreibung und, äh, jomai, viel Spaß bei dem Video. Wir sind hier, haben uns versammelt und wir sind hier in der roten, äh, Easy Cheesy oder Easy Easy Tops oder, äh, Cheesy Tops, irgendwie, keine Ahnung. Wir sind wieder hier in, äh, Bad Wars mit der Easy Cheesy, äh, die, äh, ein wenig, äh, ja, äh, Bad Wars süchtig geworden ist. Go, 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 go. Ihr merkt schon, ihr merkt schon, die, die, die rastet komplett aus. Ich hab zweite Roblox aufgenommen, ich hab gesagt, nö, lass uns Bad Wars machen. Ja, wir haben vorhin schon eine Runde aufgenommen, deswegen, äh, oh mein Gott, ihr, ihr sagt, ihr baut euch so schnell rüber, die, 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 die Dinge sind so, 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 so. Ja, wir sind schon dreimal beim Gegner gewesen, haben schon alle Betten zerstört. So, zack, 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 oh mein Gott, wir müssen aufpassen, so, zack, zack, zack. Und blib, blub, blub, aber was ich will sagen. Du kannst das Bett einbauen. Ja, äh, was, was? Kann ich eigentlich meine Inventarsortierung umstellen, dass das Schwert nicht immer auf der 1 ist, weil ich hab mein Schwert immer auf der 9? Du kannst es, kannst es umdingen, sonst kannst es umdingen, äh, ich hab Skidkapper, ich bin gleich da. Äh, mein Gott, äh, mein Gott. Ihr hattet das Bett von blau. What? Okay, das ging schnell, das ging schnell. Aber weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten uns jetzt auch von den Dias, habt ihr Dias mitgebracht? Dias, Buenos Dias? Weißt du so, Buenos Dias und so? Äh, nein, hab ich nicht. Und dann müssen die blauen töten, damit die nicht noch zu uns kommen aus Rache. Ja, stimmt, die werden wahrscheinlich gleich ein bisschen, äh, bis mittelstark, äh, äh. Geld geht direkt mitte. What? Ja, gelb ist direkt mitte gegangen. Äh, okay, ja, aber das, bei dem, bei der Map ist das so ein bisschen, da können wir uns eigentlich rüber zu denen bauen, weil dann, wenn wir uns rüber zu denen gebaut haben, dann sind wir bei denen und dann, ja. Äh, wir müssen aber aufpassen, dass die sich dann nicht zu uns bauen. Ich bin ja auch, glaub, bei blau dran. Hallo, blau, danke, danke. Ich hätte mir doch noch eine Schere holen müssen. Okay, gut. Äh, dann geben wir schnell mal blau klatschen. Guten Tag, blau. Hoffentlich kriegt ihr kein blaues Auge. Komm, komm, zack, zack. Okay, jetzt haben wir die schnell weggeschnetzelt. Das finde ich schön, das finde ich gut. Ich packe erstmal das ganze Zeug, was wir da haben, äh, rüber und würde sagen, ich gehe rüber zu, zu, zu grünen. Easy, bist du, bist du da? Ja, ich bin, ich bin dabei, aber ich habe gefragt, ob ich das Inventar so machen kann, dass es halt immer geändert ist. Hast du mir darauf schon geantwortet? Immer, immer geändert ist es, glaub ich nicht, aber du kannst es während der Runde am Anfang so, 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 umswitchen, glaub ich. Ja, aber dann sterbe ich und dann ist mein Schwert wieder auf der 1 statt auf der 9. Hm, äh, das ist ein bisschen blöd, äh. Luxusprobleme, oder? Ja, das, das ist ein Luxusproblem, das ist halt wirklich so. Ähm, was wollte ich mir jetzt holen? Du hast mich gerade voll aus dem Konzept gebracht. Ah, stimmt, ich wollte mir eine Schere holen, genau, eine Schere, weil so eine Schere, weißt du, die, das Schöne ist, die Leute, die stacken sich dann immer mit Wolle hoch und wenn du dann mit der Schere kommst, die abbaut, dann gucken sie sich dumm an, weil, wie wird der baut das ab? Das darf er nicht, weißt du, so funktioniert das nicht. Und das ist, das ist immer das Schöne, easy. Die Leute, die denken immer so, 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 dass das ihre Taktik funktioniert und wenn sie dann mal nicht funktioniert, dann fangen sie an zu weinen. Oh, die armen Leute, die weinen. Du kannst sie doch nicht zum Weinen bringen wollen. Äh, doch, irgendwie schon, weißt du, die wollen uns ja auch zum Weinen bringen. Sag mal, wo will die hin? Nein, hier ist grün, nein, 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 ich bring mal grün nach. Okay, grün ist irgendwie, grün ist irgendwie total verwirrt, glaube ich. Nein, ich hab's fast, ich war fast bei grün. Ey, grün, die checken gar nicht. Wenn du zu grün gehst, weißt du, du kannst, du kannst die anpusten und die fallen um. Also, die hat mich gerade angeguckt, als ob sie nicht wusste, ob ich der Gegner bin oder nicht, weißt du. Also, du hast die angepustet? Ja. Sehr eklig. Boah, nein, danke, Izzy. Ähm, ich meine, das ist sozusagen in dem Sinn, dass ich einfach rübergegangen bin und einfach angefangen hab, sie anzugreifen, wie man's halt so macht, weißt du. So. Ich mach jetzt was ganz Lustiges, weil wir machen uns jetzt eigentlich eine eigene Turmparty. Izzy, weißt du, was eine Turmparty ist? Und, hörst du das? Uh, hast du das gelbe Bett abgebaut? Yes. Lull, okay, Izzy. Viel Spaß noch, ihr gelben Loser. Okay, Izzy, ähm, das Schöne wird nämlich jetzt sein, die, äh, zu, zu, auszumerzen, weil ich das meine, so, 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 ein nach dem anderen. Oh, Achtung, hinter die Izzy. Lull, Lull. Äh, okay, gut, ähm. Ich muss jetzt einfach leider mal meine ganzen Türme dafür verbrauchen, dass ich einfach einen Weg rüber zum Gegner mache. Auch wenn das ein bisschen kontraproduktiv ist. Ich glaub, grad ist einfach ein gelber runtergefallen. Oh mein Gott. Ja, nice. Wir sind am Gewinn, würde ich sagen. Und wir sind viel schneller als letzte Runde, wo wir verloren haben. Pssst, nur noch drei Gegner, so. Ja, 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 ganz, ganz. Wir liegen sie, wir haben. Noch einer. What? Ein Gegner. Stopp. Grün wurde, das Grüne Bett wurde verstanden. Ja, ich bin nur da. Okay, ähm, ich glaube, das ist eine mit der schnellsten Ruhe. Das ist eine mit der schnellsten Ruhe. Das ist eine mit der schnellsten Runden, die wir hatten. Und da ist jemand, der... Okay, Leute, ähm, Holz. Oh mein Gott, da waren wir... Das ist das mal wirklich mal, diesmal richtig schnell, ne? Also, es war... Ja, megacool, beste Runde, glaub ich, die hier hattest. Ja, am schnellsten Mal, ich hab ja nicht so viel Hypixel-Berbos gespielt. Äh, ja, das Ding ist halt so, 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 äh, es war schon eine recht schnell, aber es gab noch schnelleres, es gab welche, wo die am Anfang sich... Der eine hat sich zu dem rüber gebaut, dann zu dem, weißt du, so. Ich glaub, das ging eigentlich, aber... Ja, sowas kommt vor, hab ich gehört. Ja, ja, das ist, das sagt nur zu so. Team Grün ist bei uns. Team Grün ist was, was? Naja, passt. Äh, dann, ähm, nein, 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 wir müssen einbauen, müssen einbauen, müssen einbauen. Zuck, 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 baut man sich ein. Oh mein Gott, der Typ baut sich ja von nur komplett nach oben. Ja, ihr schafft es schon, ich glaub an euch. Loll. Kannst du das Bett abbauen, wenn du das Bett jetzt von denen abbauen kannst, dann wär das einfach schön. Das wär echt super easy. Wenn du das hinkriegst, dann spendiere ich dir ein veganes Eis. Nein, hier sind zwei Grüne, ich kann's nicht abbauen. Kannst du nicht? Nee, nee. Ich glaub an dich, easy. Nein, ich bin schon tot. Achso. Ja, trotzdem brauch ich ja nicht. Da ist doch kein Glaube mehr. Oh mein Gott, so, zack, 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 und blub, blub, blub. Ich bin zwar jetzt nicht der beste Bett, ein Bauresenisierer, aber es hilft, glaub ich, schon ein bisschen. Also du musst auf jeden Fall eine Akt mitnehmen. Äh, ja, spar dir immer 60, spar dir immer 60 Eisen an am Anfang und dann kannst du dir dein, dein ganzes fulles Set tun. Dann hast du mindestens immer, äh, die Tools, die du brauchst. Aha. So, du musst dir das merken und, äh, ich mach das immer so, ich spar eigentlich am Anfang so zusammen mit anderen Leuten zusammen, bis ich zwölf Gold habe. Äh, also, äh, die anderen bauen dann sozusagen ein. Ich, äh, mach mir, hol mir Rüstung und so weiter, bin dann derjenige, der angreift und, äh, guck, dass ich dann halt die, 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 die Sachen mal wegmachen, mache und so. Und ja. So, kommst du mit zu grün? Ja, gib mir noch ein paar Sekunden, ich hol mir noch das und das, äh, okay, okay, easy. Fertig. Du, okay, warte, 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 warte. Äh, okay, Brot baute ich nicht rüber. Wir können jetzt, äh, glaub, Dings so ganz easy abbauen, oder? Äh, schaffen wir das? Schaffen wir das? Zack, okay, wir haben's geschafft. Ich hab relativ viel Schaden gefressen, aber ich hab ja selbst schon einen Schaden, also passt das schon. Äh, 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 so. Äh, zack, 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 ähm, ja, ne? Okay, 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 oh mein Gott, bitte sag, dass das... Ja, gut, okay, wir müssen das hinkriegen. Genau, easy, kümmert du mich drum. Bau du ab. Nein, verdammt, ah, die haben mich grad, oh mein Gott, die haben mich grad davon richtig abgehalten. Nein, ich bin gestorben. Nein, ich bin auch gestorben, der eine hatte nur noch richtig wenig Leben. Oh, die sind auch fast alle gestorben. Oh mein Gott. Die haben's fast geschafft gehabt. Ja, ja, wir, wir, wir müssen einfach nur, ich glaub, wir müssen einfach nur mal drauf, äh, Dings so, sondern dann schaffen die das nicht. Ich glaub, äh, drauf pushen, wir müssen drauf, äh, pushen, weil wir müssen einfach durchgehend sozusagen zeigen, ja, wir sind die Bedrohung und so weiter, weißt du? Wir sind die Bedrohung, die gelbe Bedrohung. Ja, die gelbe Bedrohung, wir sind die gelbe Gefahrt. Hallo, komm, ja, komm runter doch. Hallo, nein, 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 ich wollte doch mit dir reden, weißt du? Die Leute, die sind heutzutage so, äh, schüchtern, der wollte nicht mit mir reden, der wollte mich einfach nur runterschlagen, weißt du? Das ist nur eine schlechte Erziehung, Isi. So eine Frechheit! Ja, man redet doch wenigstens mit den Leuten, weißt du, bevor man sie irgendwie runterschutzt. Der hat keine Manieren, wir müssen die Manieren beibringen. Genau, man nimmt das Schwert und nennt es Manieren und dann bringen wir die Manieren bei. Ich glaub, so, 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 so funktioniert das, oder? Ja, genau so. Und ich glaub, er braucht, hä? Ich hab keine Blöcke, ne, ich bin so ein Schwitzer, der keine Blöcke braucht, weißt du? Ich benutze meine MVP-Skills und so weiter, wo ich dann die Leute wegmache und so und dann, ja, okay, oh mein Gott. Guten Tag, guten Tag, hallo? Runter! What? Nee, ich bin doch freundlich! Ach, verdammt, weißt du? Ich glaube, so langsam glauben die mir nicht, dass ich freundlich bin. Was baut der denn da? Der macht abstrakte Kunst mit dem Dingensens, okay. Komm schon, komm schon. Der macht welche abstrakte Kunst? Ja, der guckt dir da an, wie die das Bett eingebaut haben. Die haben das nicht so gemacht, dass irgendwie Dings da, sondern einfach nur irgendwie drangeklatscht. Ist er tot? Ja, er ist tot. Ja, wer? Kommst du mit? Ja, ich bin direkt hinter dir. Wenn du mir Zeit geben kannst, also, dass ich sie sozusagen auf die... Glaube ich nicht. Nee! Nein, ich kriege die ganze Zeit von den ganzen anderen so eins auf die Decke. Endlich habe ich mal genug Sachen hier. Irgendjemand schnackt sich nämlich immer alles. Irgendjemand schnell... Ja, okay, warte mal. Ach, verdammt. Okay, weißt du was? Wir bräuchten jetzt noch ein paar, genau, ein paar Dias und so weiter. Ah, der Gegner fragt, wie geht es euch so? Das ist ja schön. Hol mir noch ein Dias. Die grüne Bedrohung kommt. Die grüne Bedrohung kommt. Sie bin ich... Ach so, die grünen. Ach so, ah, ich habe es gedacht, dass du... Okay, ne, war mein... Also, ich höre mir dann ein Schwert und vielleicht noch mal ein paar Blöcke. Weil Blöcke brauchen wir, weil dann, ja, keine Ahnung... Kann man die ein bisschen blocken? Ah, ha, ha, ha. Hab ich nicht verstanden. Ja, weil Blöcke und so weiter blocken, äh, wirst du? Ah, jetzt habe ich es verstanden. Das ist schön, das ist schön. So, zack, 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 weißt du einfach, um die zu... Okay, okay, dann schmeißen die mir dann mit Feuerbällen. Also, ich bin jetzt über den. Was ziemlich nice ist, glaube ich. Ja, das Ding ist, ich stehe jetzt direkt vor den, weißt du? Und der, das deckt sich jetzt einfach aus Prinzip hoch. Das Ding ist halt, wir können halt so auf sie draufstürzen. Runter mit dir, danke. Okay, einen habe ich. Okay, 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 weiter, 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 weiter. Ich brauche, ich brauche, ah, nein, 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 da schubst du mich runter, verdammt. Bist du auch tot? Ne, ich lebe. Nein, da, oh nein, ich hatte das Bett fast. Oh nein. Ich habe es gesehen, ich habe gesehen, wie du dich von oben so reingefressen hast. Ich wollte gerade zubauen über mir und dann kommt er noch. Ja, schade, schade. Aber das war gerade richtig gutes Teamwork eigentlich, weil wir haben von beiden Seiten, weißt du, die wussten gar nicht, wo... Du hast den Typen zu mir gekickt und was weiß ich so, blau, blau kommt zu uns, blau kommt zu uns, nein, blau, 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 ich weiß es nicht von der anderen Seite, von dem Gegengesetz. Ja, weil ich sehe keinen. Irgendwo. Sind die noch da? Sind die nicht mehr da? Äh, sind wieder weg, okay. Äh, 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 Gott, Leute, bitte, 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 bitte. Okay, zack, 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 zack. Tut mir leid, Izzy, habe ich dir jetzt ja gerade den Weg blockiert? Nö, alles cool. Okay, so, zack, 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 wiii. Okay, let's go, auf die Grünen, dieses Mal schaffen wir es. Ja, ich muss mich mal ein bisschen equippen, weil ich habe meine ganzen Sachen verloren. Oder ich habe meine ganzen Sachen aufgebraucht, womit ich die Grünen ärgern kann. So, da sind Dias drinne. Und, äh, Blöcke, ich brauche Blöcke, 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 Achso, ist halt lecker, lecker, okay, ne, nice, so, zack, zack, zack. Ey, so. Maximale Bauhöhe erreicht, echt jetzt? Ja, es ist nicht so hoch, ich glaube, das ist einfach der Gegend, dass du das dann irgendwie, äh, so 20 Kilometer in der Luft bist und anfängst dein eigenes Utopia zu machen. Aber das versuche ich hier gerade, das ist echt lustig. Ah, der leckt, ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das war gerade richtig. Pass auf, die kommen, die kommen, die kommen, die haben dich gesehen, die haben dich gesehen. Mann, wieso denn immer, jedes Mal? Jedes Mal sehen die mich im letzten Moment. Ja. Ah, das ist so unangenehm. Ah, nein, 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 ich verbrände, ich verbrände, nein, ich bin verbrannt. Wie gesagt, lol. Wurde das Bett von denen abgebaut? Hast du das Bett? Nee, aber ich glaube, gerade wurde das richtig schön so, 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 so niedergestampft von Dingern, sind's von Feuerbällen. Okay. Also, die, die haben jetzt ja richtig, wir müssen einfach nur pushen, wir müssen einfach nur pushen. Dann, dann sollte man's, dann sollte man's eigentlich, äh, kriegen. Komm, 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 ich mach, 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 mach du, baue einfach. Hab' es! Ja, nice, du hast es. Ja. Einen hab' ich. Was kriegst du draufhinder? Nein, das ist noch einer hinter mir. Ist jetzt nicht schlimm. Wir haben's, wir haben's geschafft, wir haben's Bett abgebaut. Haben's gut, aber egal. Okay. Das war Teamwork, ey, so, das war. Teamwork, yeah. So, das heißen, welche Teams leben jetzt noch? Also, außer die, die sind eh gleich toti-grün, blau, ne? Blau, äh, rot ist schon weg Noch blau Und blau ist in der Mitte, das ist ein bisschen problematisch Und blau kommt direkt zu uns Nein, von unten, ich seh's Und grün ist auch da What, what, what Der hat uns gerade beide gleichzeitig runtergekickt Verdammt Grün und blau sind da Ja, warte, warte, oh, kack, kack, kack Gut gemacht, Izzy, hast du blau gekillt? Ich hab beide, ich hab beide gekillt Lol, Izzy, der PvP-Profi Mein Gott, das ist Unser Bett steht, ja Unser Bett steht, ja, ja, unser Bett steht Alright Okay, gut Geh zum Blauen Hat jemand das ganze Zeug rausgenommen aus der Kiste? Ich bräuchte jetzt ein paar, wieder ein paar Sachen, mit denen ich ausrüsten kann Uh, ja, ja, okay Blau kommt unsichtbar zu uns Unsichtbarkeitstrank hat er hier Ja, da ist er Ja Und Jampoos scheinbar Ja, Jampoos ist auch Richtig den? Ja, ja, wir kriegen den Der, 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 tanzt hier so ein bisschen umher Hab ihn gekillt, oder? Nice Ach, nee, ich hab's Glück, hab er halt ihn gekillt Mein Gott Die, die jetzt, ich glaub, das sind solche, die, 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 die haben auch nur so Glück gehabt, weil, äh Und Dingensens, weil, 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 die sich in die Mitte gebaut haben Also, weil, von Anfang an war die ignoriert worden, weißt du? Die haben Foto und Dings ab und fertig gemacht Und haben sich damit Ich geh zu dem Blauen Ja, warte, ich bin direkt hinter dir Du bist bei mir ja ich bin ich weiß nicht wo der blaue ist ich hoffe dass die jetzt nicht bei uns das bett abbauen aber das hoffe ich auch aber die drei sind da die reisende achtung der sieht dich dass die direkt da hinten genau was überlebt ja klar ja die der wartet dass ich runter kann man kann es in einen typen vielleicht gewesen ach man was durch ich habe gedacht du hast gemerkt dass er hinter mir okay warte mal zack 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 das muss man wegschmeißen sagt immer wenn du runterfällt weißt du was du machst du schmeißt einfach alle deine ressourcen weg weil sonst kriegen die die gegner wirklich ja hast du es nicht gemerkt wenn du jemanden getötet hast dass du nicht gemerkt weil ich bin da ich bin da ich hab's gekappt alter vater ja nein ach das bist du gewesen ja ich war auch dabei was du leckst wie sau ich lecke wie sau okay cool hat er meinte mich ich weiß jetzt nicht mein du bist eine sau ach so ah ok ja könnte auch ab und zu hören kommen je nachdem wenn man nicht verkleidet dann könnte ich wahrscheinlich sogar aber ich könnte ich könnte nicht nämlich saugut aussehen komm komm das kam wie sie gestehen wir gestehen nein kommt der war gut doch der war der war okay ja siehst du siehst du nicht gut das würde ich nicht sagen aber okay ja wann das war schon halt so und er hat schon wehgetan ja allerdings okay warte ist unser bett weg ne unser bett ist nicht weg du siehst rechts siehst du wie also siehst du gelb ist yellow du und so weiter siehst dass das sind wir also blau hat es noch bett hat noch das bett ja blau hat das bett noch her oh mein gott natürlich kommt denn da jetzt einer und denkt ja wer witzig wenn er die haben doppelt leben oder so was du meinst wegen dingen sind die haben auch schon gottapfel gegessen die haben jetzt allerdings platziert die haben eine falle platziert ich weiß es nicht aber auf jeden fall haben sie gerade ein heilungspiel gemacht die werden in ihrem bereich wenn sie geheilt so was mache ich jetzt mit dir davon kann ich upgrade fürs team kauf ich habe noch ein dia mehr ich bräuchte jetzt ein bisschen hilfe weil die 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 wollen nicht dass ich hier bin ich würde den besuch abstatten und wollte fragen wie es ihren großeltern die kindern geht ja ja ich kann gar nicht zu dir kommt ich muss ein abfeld kaufen ich komme gleich danach oh mein gott die die bombardier mich gerade mit feuer bellen und so weiter zu das ist nicht mehr feierlich ich gehe wieder zurück und höre mir ein paar neue blöcke ich bin bei diamanten wenn kannst du ein ordentliches upgrade holen oder haben wir noch den ganzen ich habe was kann ich noch upgraden wir haben schon fast alles abgegradet immer kommt man kann immer weiter upgraden ja das ist zum beispiel dann kriegen wir bei uns in unserem in unserem bereich kriegen wir dann so ein regenerationsbonus unser bett steht ja eh noch ne ja unser bett steht noch eh noch aber wie die frage ist wie lange ich weiß jetzt nicht wie lange wie die sich jetzt eingebaut haben weil es könnte sein dass die sich so hart eingebaut haben das problem und so weiter weißt du weil leben ja dass das ist das ist das ja zu uns ja okay blau kommt zu uns okay ich bin dinge ich hab's geht kaputt ich unsichtbar gemacht ich hoffe der krieg das jetzt so hin hat sie hast du sie auch kennenzulernen ist noch einer noch einer noch einer noch einer noch einer und ich bei uns ich bei uns nein verdammt nein oh mein gott natürlich alter bitte sagt dass das ich hab's gepackt kappen gekriegt oder kriegt er das hin bitte bitte ich glaube das war's jetzt so ein bisschen naja gut kann man nichts machen aber wir sind die sieger daher wir haben wir haben echt gut gespielt die erste runde haben ja richtig gut gespielt und wir können sagen was wir wollen wir sind einfach ein richtig tolles team naja gut leute lasst mir einen daumen nach oben da schlafen träumen was schönes bis dann auf wiedersehen shopper easy vorbei